Herzlich Willkommen bei ANK Tours AG. Kommen Sie mit uns auf Reisen. Zuverlässig und bequem. Die Firma ANK Tours ist Ihr Reiseanbieter in der Nord-West-Schweiz. Unser Unternehmen wurde im Jahr 2003 von Hans-Peter Niklaus gegründet. Nebst unseren exklusiven und sehr beliebten Tagesfahrten bieten wir unseren Gästen traumhafte Ferienreisen an. Reisen Sie mit uns an die schönsten Destinationen innerhalb der Schweiz und im Ausland. Bei uns beginnen Ihre Ferien bereits im K. Für individuelle Wünsche beraten und planen wir Ihre Reise ganz persönlich. Lassen Sie sich überraschen. Sympathisch, freundlich, zuverlässig. Das ist das Motto unseres bestens ausgebildeten Teams. Im Herbst 2015 haben wir unseren neuen Standort in Römmlingen bezogen. Wir sind stolz, unseren gesamten Fahrzeugpark in diesem modernen und multifunktionellen Neubau unterbringen zu können. In unserem neuen Cetra Car mit Panoramadach reisen Sie ab sofort noch luxuriöser. 46 gemütliche Reisesitze mit Lederstoffkombination und einer exklusiven Club-Ecke mit Tisch garantiert Ihnen ein unvergessliches Reisevergnügen. Kommen Sie mit uns auf Reisen. Zuverlässig und bequem. ANK Tours